gut also 978 ist unsere benutzerkennung wir sind 978 also nur noch eine zahl so im getriebe meilenstein 9 12 g 23 erreichen du musst alle ressourcen im heil steine leiten es heißt wenn ich nach rechts und nach links geht dann schaffe ich neue ressourcen und wenn ich nach oben geht dann benutze ich die ressourcen quasi zu expandieren mehr ressourcen erforderlich wische er kann es zur seite und zu expandieren genau also expandieren heißt einfach zur seite mehr ressourcen schaffen und produktiven ressourcen einsätze kann zusätzliche extraktoren erforderlich also nach oben heißt die müssen ja auch schaffe kann nicht so angehen dass die da unten einfach rumlungern haben ja nichts zu tun guck mal die gehen einfach in den wald und keine ahnung was die da machen genau die jagt wie soll er schaffe so ich musste erst mal her leiten so war das ja mit euch zum schaffen da herrgott kinas oh ich sehe gerade links im balken ist da so ein schloss um das zu bedeuten kann aber nicht nur ein weg auswählen kann ja auch mal nach links oder so ich glaube ich muss den oben oben links die komischen gestreiften muster da muss ich ausweichen komm komm alle herzen schaffe hierher ja will ich doch aber wenn ihr mir hier so unproduktive arbeit ergibt dann kann ich ja nichts machen oder mein gott dann gibt man den mal einen arbeitsplatz und was machen die nur scheiße jetzt verbessern sie könnten ihre extraktoren jetzt verbessern wie ich kann die verbessern kriegen die jetzt eine schulung achtung ja achtung erhalten was wenn das man den text auch lesen kann ist gut habe ist eigentlich immer gut die werden werden bei laune gehalten wahrscheinlich das verbessert die extraktoren und produktiven ressourceneinsatz er kann zusätzliche extraktoren erforderlich ja ja föh dann mach mal hier ja auch nochmal zur säuglingsstation jetzt alle erwachsen aufschaffe ja mit euch da kommen sie bedrohung erkannt ach das ist eine bedrohung ah ok das ist wahrscheinlich spaß und sowas die lassen sich dann verleiten fangen an drogen zu nehmen und werden dann unproduktiv das ist eine bedrohung ausweichen ja geht da hin ok spaß schaffe ihr seid zum schaffe da stimmt so rotlichtmilieu modelle ich kann da gerne mal einen wegstecken alkohol blackjack nutten bedrohung schaffe da jetzt kommt da hierher nation brechen ihn zu was für ein ding brechen macht der kaputt kommt her schaffe komm gleich haben wir es nächsten ich meine vermitteln schön und gut klar ich hab's begriffen aber mussten sie ja nicht unbedingt so lang so in die länge ziehen in subordination erkannt und produktiven ressourcen an unseren zusätzlichen ach komm ist doch scheiße ja acht mal schön kinder machen oh ich hätte nicht zweimal drauf drücken sollen kann ich noch weiter nach links expandieren doch oder ne weißt du böse wald macht kaputt geh her erstmal so dann lass ich mich mal schaffen da trinke ich in der zeit was oh scheint mir so als wird es nicht lang wie zusätzliche die bleiben da andauernd hängen gehen doch lieber in den puff spielcasinos und weiß was ich wohin kann man es denen verübeln ich glaube der weg ist vielleicht einfach zu lang das wird das problem sein kann man den abbauen irgendwie dürfen die ja gar nicht hin ach da die haben es geschafft das ging aber schnell ja was interessiert was soll ich da machen ja die werden von der roten schleim eine seuche die aufgehalten oder ganz getötet die werden verleitet hier mehr geht doch nicht mehr kann ich doch gar nicht aufbauen ich glaube die sache ist einfach die die brauchen anderen weg dass immer irgendwie versperrt wird aber da kann ich auch nicht nach links bauen oh man die kommt da irgendwie nicht durch was soll ich da mal machen ach ich idiot ich habe einfach vergessen da oben hin zu klicken kein wunder dass die nicht kommen die muss mal beine machen also leuts euer gehalt wird gekürzt wer zu spät kommt dem bestraft das leben oder so ähnlich das ist mir aber zu wenig hier kann man das nicht irgendwie erweitern ja komm baut mal hier noch einen weg habt ihr eine abkürzung so äh ist doch alles rot macht man hier den weg erstmal frei von den roten scheiß so ab das bald jetzt ist doch nimmer viel so bald geschafft vielleicht kann man da einfach gar nicht hinbauen da wo das gestreifte feld ist was die was was für ein ding brechen was wollt ihr von mir das ist gar nicht was die überhaupt wollen oh da kommt der mob so jawohl nein einer hätte noch gewählt ein einziger komm der nächste Schub ein mob jawohl da kommen nimmer viele durch ja das sind alles das sind wahrscheinlich die Straßenkünstler ja hey lass meine Arbeiter in Ruhe der Bedrohung ausschalten wie soll ich das bitte schön machen jawohl so ne die gehen doch alle kaputt soll ich die Bedrohung ausschalten das bringt doch nix ah doch das Schwarze geht wieder zurück das heisst ich müsste den wirklich äh wie gerade eben irgendwie einfangen und zerstören weil ich glaube hier den ah ne jetzt versuche ich den zu zerstören ach greift an hopp mehr 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 alle drauf ja gleich hab das töte ja ja ist doch gut jetzt dürft ihr wieder schaffe mal ein Straßenkünstler ermordet ja wie wie soll ich zusätzliche bauen kann man doch nur drei ist doch lang jetzt weil der nächste Schub der schafft es auch wenn es lang dauert ich weiß jetzt jetzt mir sitzt die Geschäftsleitung im Nacken Leute beeilt euch wohl so ist richtig hat den Meilenstein auch geschafft kommt schon kommt schon wir machen hier irgendwas falsch ach kann es sein was ich noch irgendwie noch äh auch nach oben irgendwie muss ne da geht's nicht schaffen das nicht so was soll ich jetzt machen ich kann höchstens hier noch einen Weg aufbauen quasi eine Abkürzung und die schneller zur Arbeit kommen hier kann ich dann nichts mehr machen eigentlich versuche nochmal zu extrahieren ach doch ich glaube das geht schon links ging es nicht wegen dem ganzen Wald oder was zu sagen ich verstehe obwohl den Wald holzen die doch ab ich habe gedacht die kommen da gar nicht durch hätte ich das schon mal am Anfang gemacht dann wäre ich da schon längst durch scheiße die kürzen mein Gehalt ich bin unproduktiv das ist nicht gut das ist nicht gut so jetzt aber ach ja jawoll so abliefern und ein neuer Tag bricht an obwohl so langsam ah wir waren unter Wasser und so langsam geht es bergauf oder vielleicht doch nicht äh das klingt böse auf jeden Fall weg ab ja ich weiß du hast keinen bock aber da müssen wir durch in die Fresse auch noch mal von rechts oder von links und noch mal ja gibst dir das klingt wie wie das klingt Untertitelung des ZDF, 2020